Ich nehmt mich, Männer. Und ihr nehmt, werdet ihr den Enter hacken, oder? Ja, geh schon aus. Martin, bitte geh links von dem orangen Punkt. Nicht über diesen orangen Punkt. Der orangen Punkt ist scheiße, wirklich, glaub mir. Nein, bleib da, bleib da. Ich will da, dass ich ertragen kann, dass du über ihn bist, Alter. Okay, ich geh runter zum Galileo Harbor, Alter, das klingt gut. Jo. Bitte, Martin, klick links von dem orangen Punkt. Denk dran, Galileo Harbor ist mindestens 10 Football-Felder groß. Ja. Mindestens. Jetzt muss ich Martin erschießen. Viel Glück. Gott sei Dank geht das nicht. Ist Friendly Fire on, oder wie? Nein. Nee, hat das Spiel leider nicht. Irgendwie langweilig, oder? Du kannst dich aber selbst mit einer Granate hochjagen. Ja, das geht. Mach das bitte. Du musst aber erst mal eine finden. Ich kann mir eine Güte. Oh, hier ist eine. Du kannst dich aber selbst mit einer Granate hochjagen. Ja. Das ist wirklich so. Einmal die Güte fliegen und vor dich werfen. Er ist gewartet. Oh Mann. Ich hab die Granate gehört. Ja, ich auch. Seid ihr da bereit? Wenn wir unterwegs bei irgendeiner Leiche im Badstock finden, brauche ich einen. Ich hab nicht sonderlich viel Money, muss ich sagen. Ei. Ja, der hat sich ein paar Vorderknochen geboren, das geht schon. Also wenn ihr irgendwo... Muss sich nur wieder ein bisschen bewegen, das wird schon wieder. Also wir fahren dorthin, wo wir immer hinfahren, oder? Jo, genau. Dachte ich mir auch. Ich will aber die Landzunge mitnehmen. Da spielt gleich ein Boot, falls wir was verkacken. Ja. Das wird herrlich. Vollgas, los, rauf! Feuer ist! Oh, zack! Jawoll! Ei, wir packen so ein bisschen. Alter, alter, alter! Alter! Ei! Hiiii! Hiiii! Ocean Man! Rocket Man! Ne, wie ging das Lied? Ocean Man! Keine Ahnung, kenn ich nicht. Kennst du nichts? Das Lien-Lied Ocean Man muss man anfassen. Das sagt mir jedenfalls nichts. Na, dann weiß schon, was ich da meine, wenn du es hörst. Er war ein Aquaman. Ne, Aquaman ist scheiße. Aquaman! Ist der nur jetzt schon draußen? Ja, ja, der müsste, glaube ich, draußen sein. Weiß ich nicht. Ich finde den Schauspieler zwar cool, aber Aquaman finde ich scheiße. Ja. Ich meine Aquaman ist ja auch so ziemlich einer der unnützenden DC-Charakter. Ja, schon irgendwie. Nee, das ist meiner Meinung nach immer noch Flash. Ja, klar. Uh, ich kann nicht schnell laufen. Ja und, was kann Aquaman? Ja, aber wenn du das gesehen hast in einem Film hier, wie hieß der Justice League oder so, da ist Flash schon relativ stark. Ich finde einfach die Anzüge auch so kacke von dem Film hier. Wirklich, schon Captain America, das ist der unnötigste Helm von allen. Ja, gut, Captain America, der ist halt wirklich kacke. Der ist so dumm. Ja. Wo habt ihr die? Hier drüben. Im Skaterpark. Ich bin, ich habe eine blöde Position. Ja. Also, bei denen kann ich euch nicht mithelfen. Ich gucke aber dafür hier drüben so... Oh, alter. Der war auch noch alleine. Wo hast du... hä, eliminated? Ja. Ja, der war noch alleine. Ja, der lag da drum. Ich glaube, ich habe jemanden den Kick gesteilt. Von meiner Position aus sehe ich die jetzt gar nicht. Hm. Oh, die sind auf andere Gründe. Die sind aber gut gerattert jetzt. Ja. Wo sind die ungefähr? Da hinten. Und hier ist auch jemand. Ah, nee, die sehe ich nicht. Ich bin da aus Spaß mal näher ran, weil ich habe sowieso keinen Scope. Fuck, Mann. Ist da drüben bei dem Haus einer hier? Ah. So, ich halte mich jetzt mal fix. Shit. Felix, das bist du, oder? Ich bin nicht so gut an Bord. Wie schaut es bei euch aus? Das ist Felix und das ist die M821. Klingt so. Oh, Felix hat... Wo hast denn du jemanden getötet, Felix? Felix, wo guckst denn du hin? Da drüben. Markiert doch. Alter, so weit weg. Hab ich doch. Ach so. Da hinten. Alter, 250 Meter. Oh, Mann. Hinter mir wird übelst. Ich muss mich heilen. Randy gibt mir mal voller Schutz. Ich bin voll raus, ne? Ich sehe hier gar nichts. Ich sehe gerade auch keinen. Aber hey, der wird gerade 100 pro bestimmt von seinen Typen aufgeheilt. Ich wurde von irgendwo direkt hinter mir beschossen. Ja, ja, ich habe es auch mitbekommen gehabt. Hier ist auch irgendwo jemand auf dem Wahl. Ich höre jemanden laufen. Ja, deswegen. Das ist der, der mich beschossen hat. Der ist gerade über mir. Hä? Was? Hä? Wie gesagt, der ist direkt über mir. Und der Grappelt solch rüber. Ja, da ist er. Alter, du hast ganz vergessen. Felix, komm schnell her. Komm schnell rüber. Ja, ich habe so einen komischen Kleider. Ja, du kannst auch da mit dir. Ja, natürlich schaffst du das. Dann musst du halt so ein bisschen in den Kreisen rumfliegen. Ja, geil. Was macht ihr eigentlich? Alter. Martin, wenn du einen Grapple-Hook hast, dann komm hoch. Na ja, versuch du, dich jetzt zu retten. Ja, toll. Ich bin voll raus aus dem Game. Wo musst du denn da hin? Genau, Martin. Und dann, wenn du hier rüber Grappeln kannst, Grapple hier rüber. Und jetzt... Genau. Spring. Ja, das hast du genau. Und jetzt hebe mich auf. Erstmal einen Donner. Erstmal einen Donner aufheben. Nee, erst mal einen Donner. Genau. Ja, bitte. Los. Boah, danke. Hat der euch von unten abgeknallt? Nein, der hast du rübergegrappelt. Nicht durch den Wal hindurch. Also ich war schon in Deckung gegangen. Ich helfe mal hier und Renni mit. Nee, ich mache schon. Heil dich. Ja, wollte ich gerade sagen, weil wir müssen ja auch gleich rüber in die andere Zone. Jo. Okay, gut. Ich mache schon mal los. Ja. Danke dir. Das war jetzt aber auch... Kriegt man Fallschaden gar nicht, oder wie? Doch, doch, doch. Wenn du den Grapple-Hook kurz vor Ende ausnutzt, dann kriegst du keinen Fallschaden. Ich bin nämlich auch gerade in den Löschaden. Ich habe nämlich jetzt auch kurz, bevor ich runtergefallen bin, nochmal die Zeit aufgemacht. Also der ist bei euch hochgegangen und hat euch weggemacht, oder wie? Na, mich ganz komisch. Ich stand in Deckung und war plötzlich... Wow. Ich glaube von rechts. Kannst du mich nochmal aufheben? Martin, ich liege hier einigermaßen in Deckung. Ich sehe ihn nicht, ich sehe ihn nicht. Ich höre ihn aber. Ah, ich habe es auch noch gehört. Der dürfte uns jetzt eigentlich nicht sehen. Ja, ich versuche auch, ihn gerade in das Blickfeld zu bekommen. Oh, danke. Ich weiß aber nicht, wo er ist. Also, geht in Deckung, Leute. Also, danke für die Wiederbelebung, Martin. Ich habe nichts gerissen. Ich habe keinen einzigen Schuss bisher abgegeben. Du hast uns aber alle wiederbelebt. Du hast das. Ich wollte gerade sagen. Du hast beide wiederbelebt. Das zählt. Das ist einiges wert. Ich habe mich einfach nur von euch so gut getrennt, dass niemand erahnen konnte, dass ich da bin. Und dann, dann räume ich das Feld von hinten auf. Vorsicht, da, ich weiß nicht, ob jemand da vorne ist. Du hast dich so gut von uns getrennt, dass niemand wusste, dass du überhaupt mitspielst. Ich mache jetzt mal ein paar Kiezen. Achso, das war eine Bankrande, ich dachte, das ist ein Spock. Alter, da geht es übel ab, gerade. Ja, ja. Ja, das ist aber alles da unten so. Ich sterbe als Märtyrer. Oh, jetzt sehen wir, wo die Leute sind, oder wie? Ja, ja, genau. Heilige Scheiße. Jupp, jetzt wird es abgehen. Ich sehe die Heli nicht mehr, Leute. Appen. Ich gehe einfach, ich probiere es. Alles klar. Ich mache das. Aber ich probiere es vorsichtig. Ich wasche mal ein bisschen vor. Ja, Alter, ich wasche mal ein bisschen vor. Jupp, ich komme mit vor. Ja, ich wasche ein bisschen vor, wir waschen alle ein bisschen vor. Appen, los. Der rechts, wollen wir uns auf den konzentrieren, den wegsmecken. Alter. Scheiße, hinter uns, der Typ kommt auch langsam. Ich kann jetzt nicht safe dahin gehen. Ah. Irgendjemand smoked. Ja, das habe ich gemacht. Ich habe gesmoked. Versucht es, Leute. Ich habe kein Leben mehr, aber ich glaube, ihr werdet abgeschossen. Er ist weg. Leute, probiert es. Irgendeiner, aber nur einer, nicht beide. Yo, solide. Sehr geil. Probiert es. Ja. Alle, los. Los, los, los. Ich darf es per Roll. Los, los, los. Martin. Geil. Ja, geil, Leute. Geil, Leute. Geil. Alle, safe. Fickt euch. Oh, geil. Sehr geil. Wenn man das geschafft hat, ich habe nichts gemacht. Alter, der ganze Squad von uns hat es geschafft. Ja, Mann. Wie geil. Ey, das war das erste Mal, dass wir es geschafft haben. Ich habe keinen Gegner gesehen. Ich habe nicht mal einen Gegner gesehen. Das ganze Game. Ja, ich habe keinen Bock.